Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns kurz angucken, wie wir Container automatisch starten lassen können. Zum Beispiel bei Server-Neustart oder wenn der Docker-Damon abstürzt oder oder oder. Und ja, das ist alles möglich und super geil, wenn ihr einen Server habt. Sprich, wenn ihr den Server irgendwie neu startet, wirklich jeden Container von Hand zu starten, wenn das irgendwie so 50 Container sind. Nervenaufreibend, definitiv. Dazu schauen wir uns mal ganz kurz den Befehl an, den wir hier die ganze Zeit oder im letzten Video jetzt vor allem verwendet haben, um einen Nginx-Container zu hosten. Das war im Endeffekt alles schon einmal gegessen. Wir haben diese Datei hier rein verlinkt, beziehungsweise den ganzen Ordner rein verlinkt. Das Image heißt Nginx. Wir haben die Ports gemappt, wir haben Docker-Run aufgerufen und wir haben Detached gestartet. Hier eine kleine Änderung. Wir starten Detached mit der Möglichkeit, wieder zu Attachen und wieder zu Detachen dann anschließend. Das heißt, wir sagen hier nicht nur "-d", sondern wir sagen D, I und T. Hätten wir ganz gerne alles als Option und so starten wir den Container. Nichts Neues für euch. Und ja, jetzt sehen wir, dass natürlich Docker läuft und whoopsie. Ihr seht vielleicht auch, dass mein MySQL-Server durchgelaufen ist über Nacht. Ich habe in der Zwischenzeit tatsächlich geschlafen und noch ein paar Videos editiert und so weiter und so fort. Aber ja, gut. Dazu brauchen wir eigentlich nichts weiter wissen. Es geht eigentlich hier um den Nginx-Container hier. Und übrigens ganz kurz zu den Namen. Ihr könnt natürlich auch hier einen eigenen Namen angeben, indem ihr "-name", und dann hinten dran euren Namen angebt. Oder euren Bodenstrich-Namen. Normalerweise nennt man Bodenstriche. Okay, das ist aber eure Geschmackssache. Ich finde Eloquent-Bore einen wundervollen Namen. Deswegen lassen wir das doch einfach mal so da stehen. Okay, also sudo-docker-ps. Nun, jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, den PC neu zu starten. Das kann ich leider nicht aufnehmen. Was ich allerdings aufnehmen kann, ist sudo-system-ctl. Und dann stoppen wir doch einfach mal Docker. sudo-system-ctl-stop-docker. So, jetzt sehen wir natürlich, dass wir hier, das ist die Webseite von unserem Localhost, dass wir hier diese Webseite nicht erreichen können. Weil Docker läuft ja offensichtlich nicht. Wenn wir jetzt allerdings wieder hier System-ctl-start-Docker eingehen, sprich wir starten den Docker-Damon wieder. Also wir starten quasi den Wal an sich, wenn ihr an das erste Bild wieder seht, denkt. Dann könnte man jetzt erwarten, dass unsere Docker-Container hier wieder laufen. Und das ist teilweise sogar passiert. Denn der MySQL-Container hat sich offensichtlich selbst wieder gestartet. Hier sehen wir, ist seit 10 Sekunden wieder am Laufen. Wunderbar. Allerdings, wo ist denn mein Nginx-Container? Der ist nicht da. Warum nicht? Und ja, das liegt einfach daran, dass wir diesen Container nicht automatisch restarten lassen haben. Das heißt, das müssen wir angeben. Und das können wir auch wunderbar angeben. Wir haben dieses wunderbare Command hier schon relativ gut ausgefeilt. Wir wissen eigentlich so ziemlich alles, was wir haben wollen. Jetzt geben wir noch eine weitere Option an. Minus, minus, restart. Und jetzt gibt es vier Möglichkeiten, das ganze Ding hier zu machen. No, das ist der Standard. Dann wird es nicht neu gestartet, wenn Docker zum Beispiel weg ist. Oder wenn euer PC neu gestartet wird. Oder euer Server. Das ist quasi der Standard. Das wollen wir ja gerade loswerden. Dann gibt es allerdings noch zwei anderen. Oder drei andere besser gesagt. Es gibt Always. Es gibt, also quasi als Befehl hinten dran einfach. Es gibt Unless, minus, stoppt. Und es gibt On Failure. So, diese drei sind alle relativ interessant. On Failure wird euren Container neu starten, wenn dieser Container abgestürzt ist. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendwie einen Fehler, einen Bug drin habt und euren Container kostet es halt einfach. Das heißt, er stürzt quasi ab, so dass ihr ihn theoretisch nicht mehr verwenden könnt. Dann wird der Container, wenn ihr On Failure habt, wird er neu gestartet. Und ja, das ist relativ häufig der Fall. Aber naja, ich meine, wenn der Container fehlschlägt, dann muss man natürlich trotzdem ein Auge drauf haben, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, den neu zu starten. Aber es macht durchaus auch mal Sinn, den dann einfach neu zu starten und dann vielleicht später zu sehen, hey, der ist mir eigentlich abgestürzt. Always wird euren Container natürlich jedes Mal neu starten, wenn er gestoppt wird. Das heißt, hier, wenn ihr dann irgendeinen Grund zum Stoppen habt, also entweder der Container stürzt ab oder Docker wird neu gestartet, also wenn der Docker-Damon neu gestartet wird. Oder wenn euer Rechner neu gestartet wird, wodurch auch der Docker-Damon neu gestartet wird, dann wird bei Always definitiv immer euer Container neu gestartet. Und die letzte Variante ist Unless Stopped und das ist die Variante, die ich euch eigentlich immer empfehlen würde. Unless Stopped ist quasi wie Always, außer wenn wir den Container von uns aus stoppen. Das heißt, hier ein kleiner Unterschied, wenn ich das jetzt so starte und dann sudo docker stop angebe, sudo docker stop und dann zum Beispiel hier meinen Container. Wenn ich das so mache, dann wird mein Container nicht neu gestartet, wenn der Docker-Damon neu gestartet wird. Also das heißt, wenn ich jetzt hier Systemctl stop docker eingebe und dann wieder start docker oder restart docker einfach würde auch funktionieren. Dann wird dieser Container jetzt nicht mehr neu gestartet. Wenn ich Always drin habe, wird der Container neu gestartet, auch wenn ich ihn davor gestoppt habe. Das heißt, Always ist ein bisschen mächtiger. Das heißt, Always ist einfach völlig egal, ob der Container gestoppt wurde mit Absicht von euch oder ob der tatsächlich einfach nur abgeschmiert ist oder ob er sogar noch am Laufen war. Ich finde Unless Stopped durchaus sinnvoller, denn wenn ich wirklich einen Container stoppe, dann kann ich auch hingehen und sagen, ich möchte ihn von Hand wieder starten. Das heißt, so ist es für mich am sinnvollsten in den allermeisten Fällen. Okay, gucken wir uns das mal ganz kurz an. Wir sagen sudo docker ps. Okay, wir sehen, Nginx-Container läuft seit 14 Sekunden. Und ja, jetzt können wir hergehen und können wieder mal sudo systemctl stop docker machen. Und jetzt sehen wir natürlich dann auch wieder, dass der Container, eigentlich hätte ich, ja egal, sehen wir natürlich auch hier gerade, dass der Container nicht mehr erreichbar ist. Also er läuft auch nicht mehr. Ich kann natürlich auch kein sudo docker ps eingeben, weil Docker gerade nicht am Laufen ist. Und wir sehen dann bei sudo systemctl start docker, dass wir hier unter ps unseren Container wiederfinden, der seit zwei Sekunden läuft. Habt ihr gesehen, wie schnell das geht? Nur kleine Anmerkungen hier an der Seite. Und wir sehen natürlich auch hier, dass wir hier wieder drauf zugreifen können. Es hat also wunderbar funktioniert. Der Docker-Container startet sich automatisch. Wunderbar. Das war es eigentlich auch schon für dieses Mal. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.